Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wieder, dein Liebesleben wird eine wunderbare Wendung nehmen, denn der Kosmos sorgt für eine bedeutungsvolle und faszinierende Verbindung mit deinem Partner. Die kommenden Tage versprechen ein tiefes und faszinierendes Gespräch, das sich um ein Thema drehen könnte, das euch beide fesselt. Es ist ein Moment, in dem du den Informationen freien Lauf lässt und Gedanken und Ideen mit Begeisterung teilst. Dieser Austausch könnte in Plänen gipfeln, das Thema weiter zu erforschen und eine Suche nach Wissen zu entfachen, die wahrscheinlich mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Vergiss aber nicht, dass dein Zeichen, das von Mars regiert wird, für seine leidenschaftliche und intensive Natur bekannt ist. Wenn du mit deiner Geduld am Ende bist oder mit einer Situation konfrontiert wirst, in der du an deine Grenzen stößt, ist deine typische Reaktion, dich von anderen zu lösen. Dieser Bewältigungsmechanismus scheint zwar oberflächlich betrachtet effektiv zu sein, kann sich aber abrupter und negativer auf deine Gesundheit auswirken, als du denkst. Wenn du dich von anderen trennst, trennst du dich ungewollt auch von dir selbst und löst damit eine Kettenreaktion in deinem Körper aus. Die subtilen, aber schwerwiegenden Folgen eines solchen Rückzugs zeigen sich auf verschiedene Weise. Dein Magen kann Hunger signalisieren, auch wenn du nicht wirklich hungrig bist, und dein Körper kann dich dazu drängen, dich auszuruhen, obwohl du aktiv sein solltest. In dieser Zeit ist es wichtig, auf dein Wohlbefinden zu achten und sicherzustellen, dass du mit deinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen in Verbindung bleibst. In den nächsten zwei Wochen wirst du wahrscheinlich mit einer Flut von Informationen und Reizen konfrontiert werden. Anfangs magst du diese Flut an Wissen noch genießen, aber irgendwann kann sie dich überwältigen und verwirren. Der wichtigste Ratschlag in dieser Zeit ist, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu lernen, solltest du es langsam angehen lassen und dein Wissen nach und nach erweitern. Geduld und Beharrlichkeit werden dir gut tun. In Sachen Humor hast du ein feines Gespür, scheust aber vor allem zurück, was nicht politisch korrekt ist. Interessanterweise deutet die Konstellation der Planeten darauf hin, dass deine derzeitige Liebesbeziehung Aspekte aufweist, die politisch unkorrekt sind, was einer der Gründe sein könnte, warum du dich zu ihr hingezogen fühlst. Dein Partner scheint davon jedoch unbeeindruckt zu sein und ist mehr als bereit, über sich selbst zu lachen, auch wenn es dir schwerfällt, das Gleiche zu tun. In dieser Woche richten sich die himmlischen Energien so aus, dass eine entscheidende Kommunikation in dein Leben kommt. Ganz gleich, ob du dich auf einen entscheidenden Anruf freust oder dich darauf vorbereitest, selbst einen wichtigen Anruf zu tätigen, das Universum hat sich zu deinen Gunsten verschworen. Erwarte das Unerwartete, wenn sich neue Kanäle für Verbindungen und Gelegenheiten auftun. Umarme den gegenwärtigen Moment, bleibe empfänglich für die Botschaften, die in deine Richtung fließen, und sei bereit, dich auf tiefgreifende Gespräche einzulassen, die das Potenzial haben, deine Zukunft zu gestalten. Vertraue auf deine Instinkte und lass dich von den kosmischen Schwingungen durch diese entscheidende Phase deiner Reise führen. Die Sonne in der Waage bildet ein Quinkungs mit dem rückläufigen Jupiter im Stier. Während solche Aspekte normalerweise für kleinere Spannungen sorgen, bringen sie in diesem Fall Positivität und Glück in deinen Tag. Deine Laune wird steigen und dir die Motivation geben, kalkulierte Risiken einzugehen. Es ist die ideale Zeit, um einen Vertrauensvorschuss zu bekommen, wenn es darum geht, deine tiefsten Gedanken und Wünsche zu äußern. Lass dich auf Aktivitäten ein, die dir Freude bereiten, und zögere nicht, mit Zuversicht neue Horizonte zu erkunden. Abschließend sei gesagt, dass du, wieder, in eine Periode faszinierender und intensiver romantischer Beziehungen eintrittst, mit Gesprächen, die ein Streben nach Wissen auslösen könnten. Denke daran, in Zeiten der Abgeschiedenheit auf dein Wohlbefinden zu achten und nimm die Informationsflut Schritt für Schritt an. Dein Sinn für Humor könnte auf die Probe gestellt werden, aber du kannst an den politisch unkorrekten Aspekten in deiner Beziehung wachsen. Und schließlich solltest du dich auf die kosmischen Energien einlassen, die positive Kommunikation und Freude in dein Leben bringen, und deinem Instinkt vertrauen, während du diesen entscheidenden Moment auf deiner Reise meisterst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Hierophantenkarte steht für Tradition, Spiritualität und die Führung durch einen Mentor oder eine Institution. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht dazu hingezogen fühlst, Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder Institutionen zu suchen. Sie steht für eine Zeit, in der du nach Antworten in etablierten Lehren suchst oder den Rat eines vertrauenswürdigen Mentors einholst. Der Hierophant ermutigt dich, deine Werte und Überzeugungen zu ehren und gleichzeitig offen dafür zu sein, von denen zu lernen, die einen ähnlichen Weg vor dir gegangen sind. Er erinnert dich daran, dass die Weisheit in der Tradition und den Lehren anderer zu finden ist. Zusammen mit dem Hierophanten haben wir das Ast der Münzen. Diese Karte steht für eine neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum. Sie steht für eine Zeit des Wohlstands, des Wachstums und für das Potenzial eines Neuanfangs in deinem materiellen Leben. Das Ast der Münzen lädt dich dazu ein, diese Chance zu nutzen, indem du praktische Schritte unternimmst, um deine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Es erinnert dich daran, dass Erfolg durch Hingabe und harte Arbeit erreicht werden kann. Als letztes haben wir die Königin der Stäbe. Diese Karte steht für Selbstvertrauen, Kreativität und ein starkes Selbstbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du dein inneres Feuer umarmen und deine Ziele mit Leidenschaft und Entschlossenheit verfolgen kannst. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, an deine Fähigkeiten zu glauben und mutig und selbstbewusst an deine Vorhaben heranzugehen. Sie erinnert dich daran, deine Kreativität zu nutzen und sie als Quelle der Inspiration einzusetzen. Zusammen bilden der Hierophant, das Ast der Münzen und die Königin der Stäbe eine Kombination aus der Suche nach Orientierung, dem Ergreifen neuer Möglichkeiten und dem Verfolgen deiner Ziele mit Zuversicht und Entschlossenheit. Mach dir heute die Energie des Hierophanten zunutze, indem du Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder einem vertrauenswürdigen Mentor suchst. Sei offen für Neues und achte auf deine Werte und Überzeugungen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Ast der Münzen, indem du die neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum erkennst. Ergreife praktische Maßnahmen, um deine Ziele zu verwirklichen und arbeite fleißig auf die gewünschten Ergebnisse hin. Schließlich kanalierst du die Energie der Königin der Stäbe, indem du an deine Fähigkeiten glaubst und deine Ziele mit Leidenschaft und Zuversicht verfolgst. Nutze deine Kreativität als Quelle der Inspiration und lass dich von deinem inneren Feuer leiten. Heute ist ein Tag, an dem du nach Orientierung suchst, neue Chancen ergreifst und deine Ziele mit Zuversicht verfolgst. Lasse dich von der Weisheit der Tradition leiten, arbeite fleißig an deinen materiellen Zielen und glaube an deine Fähigkeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Zielstrebigkeit, des Überflusses und der Entschlossenheit bewältigen. Verflusses und der Koll sites